hallo ihr lieben wispigirgin und schön dass ihr wieder in meinen kanal reinschaut und da ich ja jetzt mit meinen holz anfange wieder mehr dachte ich mir klein zurückgekauft war beim norma kann ich euch gleich diesen kleinen schnäppchen 30 prozent holt zeigen ich habe mir jetzt zum frühstück beziehungsweise mittagessen so ein kleines knublauch zwiebel semmelchen geholt kostet 89 cent das stück wie schon im anderen gesagt habe wenn ich weichkäse kauft dann nur noch einen denn der kostet 179 diese dann habe ich mir weil meine lieferung noch nicht angekommen war hier noch mal mein koffeinschock wieder geholt 88 cent statt 169 beim norma ist eigentlich schon fast der normal preis 88 cent dann hatte ich glück ich habe mir wieder so ein salat geholt 30 prozent und dann sei vorbei zufällig haben es dann wieder etliches reduziert gehabt also leider nur 30 prozent aber besser als nichts der kost normal 217 dieser kaminkäse okay der ist nur noch bis zum freitag haltbar dritter zweiter ist der nur noch haltbar haben wir damals immer sehr gern gegessen vor allem immer diese günstige variante weil der original ofen käse kostet inzwischen glaube ich drei oder vier euro der ist schon ein bisschen zu teuer und für ein bis zwei portionen reicht dieses kleine ding vollkommen ich habe zu gedacht okay für jeden erwachsenen 1 für die kinder vielleicht zwei aber das werden wir dann schon sehen 30 prozent ungefähr 1 50 zahle ich jetzt nur noch das war in meinen vorherigen hol wo ich doch glaube ich euch erzählt habe dass sie diesen kantenschinken immer gerne kaufe weil den brauche ja für alles was man anbrät ist halt unser speck ersatz und das wird halt dann eingefroren und ich kaufe immer erst eine packung und günstig ist mehrere packungen und da hatte ich jetzt wirklich glück sie hat eine ganze reihe schon hier kantenschinken 30 prozent ich habe mir jetzt vier packen mitgenommen das reicht jetzt wieder eine zeit mehr gibt der gefrierschrank glaube ich nicht her dann haben wir mal ausnahmsweise für die kinder mal was mitgenommen dass ich weiß nicht ob das ähnlich schmeckt wie das kinder joy da soll angeblich soll das ein pudding dessert sein und dann oben eine überraschung ich habe mir doch für 30 prozent weniger weil die haben 99 cent gekostet also 70 cent kann es mal mitnehmen zum ausprobieren die frage ist ist dasselbe drin deswegen habe ich jetzt zwei verschiedene motive gewählt mit transformers da bin ich gespannt was das ist und das war es jetzt eigentlich dann schon mit meinem kleinen hol insgesamt habe ich jetzt 20 euro 30 gezahlt und finde ich schon wieder gut dass ich wieder sachen gefunden habe die wir sowieso immer kaufen würden hier war wieder ein kleiner einblick was können sie sparen beim norma mit die 30 prozent ich wünsche euch also heute noch einen schönen tag bis demnächst eure petra ja 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 ja